Wir finden Sie die besten Konditionen für Ihr Geld bzw. wo Sie sich am günstigsten Geld leihen können. Hier bekommen Sie das meiste für Ihr Geld. Zunächst einmal, wenn Sie Tagesgeld anlegen wollen, also Geld, was täglich verfügbar ist. Da gibt es drei Anbieter, die hier Zinsen zahlen zwischen 1,55 und 1%. Den höchsten Zinssatz gibt es bei MoneyU mit 1,55%, ING Diba und Rabu direkt, beide mit jeweils 1,5%. Wenn Sie das Geld etwas längerfristig anlegen wollen, schauen wir mal hier, wie sich da die Zinsen dann entwickeln. Wenn Sie das Geld etwa ein Jahr anlegen wollen, dann gibt es auch bei MoneyU das meiste Geld mit 1,75%. Die Dänis Bank zahlt Ihnen bei einem Jahr fest angelegten Betrag 1,7% und 1,55% die Renault Bank, Renault Bank direkt, die hier zum ersten Mal an dieser Stelle auftaucht. Und im umgekehrten Fall, wenn Sie Geld brauchen, wenn Sie bauen, modernisieren oder kaufen wollen, dann können Sie sich etwa 100.000 Euro leihen. Für 2,2% bei der 1822 Direktbank in Frankfurt, die ING Diba verlangt ebenfalls 2,2% und 2,28% verlangt die Commerzbank derzeit für einen Zins bei 10 Jahren und einen Betrag von 100.000 Euro.